Nee, verschwinde, Nina. Das ist mein Kunde. Mein... gehört mir. Wehe! Nein! Er hat mir meine... Nein! Was hat er? Er hat mir meine Kunden geklaut. Direkt vor der Nase. Ich war zu langsam. Nee, du musst zur Windmühle. Boah, du bist die schlechteste Google Maps, was ich jemals kennengelernt habe. Du musst nur den Weg rechts lang gehen. Bin ich doch! Hey, Leute! Was geht's? Nina hier mit... Tanalöchen! Hallo und wir sind heute bei gemeinsam bei Roblox, dem Ice Cream Simulator. Das habe ich ja schon mal gespielt. Ja. Ich werde Kahn heute das Spiel zeigen und hoffentlich hat er genauso viel Spaß wie ich dabei. Ich sag dir kurz, wie das geht. Okay. Erstmal musst du hier Eis kaufen. Geh mal zur Ice Cream Person. Ja. So, und dann hast du ja dann ein Bildschirm und die Vanilla Lollis. Die sind sozusagen umsonst. Davon kannst du zehn Stück, die ja erstmal jetzt da rein tun. Ja, hab ich. Und dann musst du so schnell wie es geht, nicht das an die Leute hier bringen. Du siehst das an der Farbe des T-Shirts. Ah, die Farbe des T-Shirts ist immer das, was sie haben wollen oder was? Genau, und die Sprechblase ist eigentlich dasselbe. Nur an der Farbe erkennt man es immer ein bisschen besser, finde ich. Okay. Ja gut, ich habe meine ersten zehn Vanilleeis schon verteilt. Bei dir sieht das natürlich schon ein bisschen anders aus. Bei mir sieht es schon ein bisschen anders aus. Ich habe mir schon was gegönnt, sag ich mal. Und deshalb habe ich jetzt schon eine bessere Erweiterung als du. Nichtsdestotrotz, das letzte Gameplay war leider ein bisschen fehlerhaft, weil es relativ früh abgebrochen ist. Ich habe mir allerdings das hier gekauft. Ich weiß nicht, ob ich das hochlade oder nicht, aber ansonsten wisst ihr, ich habe jetzt so ein cooles Teil, wofür ich kann ich denn laufen? Wie kann ich denn schnell laufen? Achso. Also ganz normal mit Schiff. Mit Caps. Okay, dann hole ich mir nochmal, ich habe mir ja Erdbeereis hin geholt, aber jetzt hole ich mir Vanilleeis. Also je besser das Eis, also je weiter nach rechts, dass du höher hast die Gewinnspanne. Deswegen, klar, es sind auch welche umsonst, aber Erdbeereis hat eine höhere Gewinnspanne. Ja, die Marge ist da vielleicht auch etwas höher. Genau. Kostet zwar 5 Euro, aber kriegst du auch ein bisschen mehr. Wie kann ich denn mein Dings hier verbessern? Wie kann ich denn größere, zum Beispiel mein Equipment verbessern? Genau, da ist der Equipment Shop, da kannst du hingehen. Und du musst natürlich erst mal mehr Eis verkaufen, als dass du jetzt dir ein neues Equipment kaufen kannst. Das dauert ein bisschen. Das heißt, du musst ganz, ganz viel Eis verkaufen. Hol dir so viel Vanilleeis oder Erdbeereis, wie es nur geht. Ja, ich kann ja immer nur 10. Genau, bring das so schnell, wie es geht an die Leute. Okay, ich gehe mal kurz in den Equipment Shop. Ich gucke mal, ob ich mir was kaufen kann. Ich glaube noch nicht. Es dauert noch. Okay, ich brauche 200 Dollar. Mit 200 Dollar kann ich mir was holen. Nein, ich wollte nicht wieder in den Equipment Shop. Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder wie? Da hast du so einen kleinen Nuss X. Okay. Wie kannst du das eigentlich schließen? Okay, so, dann gib mir mal ein bisschen Eis. Komm, ich hole mir mal Schokolade. Genau, und dann musst du halt echt durch diese Straßen laufen und dir einen Kunden suchen. Ja. Und aufpassen, dass du die... Es gibt immer Konkurrenz. Also die Leute schnappen dir manchmal auch die seltenen Kunden einfach vor der Nase weg. Das ist immer gemein. Okay, Schokolade ist, denke ich, die mit dem braunen Shirt. Genau, sag mir mal Bescheid, wenn du jemanden mit Knallrot siehst. Ja, hier, beim Zirkus. Aber das ist, glaube ich, dunkelrot, ne? Es gibt noch so ein helleres Rot und das ist Wassermelone. Ich finde leider niemanden mit Wassermelonen. Ich sehe nur jemanden im Pink. Das ist Erdbeer, genau. Wassermelone sitze ich jetzt schon seit dem letzten Gameplay drauf. Das will keiner, weil es gibt keine Spieler, die das kaufen. Also keine Kunden. Deswegen hoffe ich die ganze Zeit darauf, dass ich mal endlich einen finde, weil das Eis, ich weiß gar nicht, wie teuer das ist pro Stück, aber wird auf jeden Fall einiges annehmen. Ich kann mich natürlich hier mit Robox jetzt ein bisschen hochpuschen, aber das mache ich nicht. So, komm, du kannst auch noch ein Vanille-Eis. Du auch und du auch. So, Nina ist auch schon wieder beim Eis. Ich merke schon, ich bin definitiv öfters hier. Ja, gerade geht es nur mit Vanille bei mir voran, aber das ist zumindest gut, dass sie hier alle beim Shop hier vorne direkt sind und ich nicht viel laufen muss, weil das wäre ja natürlich echt unfair, für einen Dollar jetzt hier durch die Gegend zu laufen. Ich kann dir nur ein Eis geben, ne? Ja. Und ich mache dir jetzt auch Konkurrenz, weil ich habe auch 18 Vanille-Eis, die ich jetzt loswerden muss. Warum hast du dir Vanille-Eis geholt, Nina? Weil ich halt noch 3 Dollar übrig hatte. Weil du was? Weil ich noch 3 Dollar übrig hatte. Aber die kostet noch 0 Dollar. Ja, ja, genau. Und dann dachte ich, 5 Dollar kostet, glaube ich, Erdbeer und dann dachte ich, ich hole mehr Vanille. Das ist echt fies, weißt du das? Guck mal, jetzt ist hier keiner mehr, der ein Vanille-Eis haben will. Ne, verschwinde, Nina, das ist mein Kunt. Mein, gehört mir. Aber danke. Gut, ich lasse dir erstmal die. Ich suche mir erstmal die anderen Kunden. Such dir mal andere Kunden, ey. Ja. Hier noch ein kleiner Fisch, du ein großer Hai. Aber ich finde, es ist hier keiner mehr, der ein Vanille-Eis haben will. Danke. Sorry, es ist auf jeden Fall ein witziges Spiel. Ich finde, das macht Spaß. Auch wenn das Spielprinzip sehr einfach ist. Ja, man muss halt die Leute mit Eis versorgen. Jetzt gibt es hier 8 Dollar pro Eis. Sehr schön. Oh, ich verkauf relativ teuer, sehe ich. 8 Dollar für ein Eis ist natürlich... Ich glaube, meins kostet 750 pro Eis. Jetzt schon? Mhm. Deine Ernst? Meine beste Verbesserung hier. Nicht schlecht, Leute. Ich finde nichtsdestotrotz niemanden, der mal ein Eis haben will. Dieses Wassermirron-Eis werde ich nicht los. Hm, na komm, ich bleibe los. Ah, vielleicht da hinten. Da habe ich noch gar nicht geguckt. Ich wünsche, ich hätte ein schnelleres Fortbewegungsmittel. Es könnte sein, dass da hinten Wassermalone auf mich wartet. Beziehungsweise jemand auf Wassermalone wartet. So rum. Bei der Windmühle, da war ich noch gar nicht. Oh, hier sind auch ganz viele, die Bubblegum haben wollen. Bubblegum habe ich leider schon verkauft. Das blaue Eis. Und, ist hier jemand, der Wassermalone will? Wassermalone, Wassermalone? Jetzt habe ich mir aus Versehen links geholt. Vanilleeis wieder. Na los, komm schon, ich muss reich werden. Papa braucht einen kompletten Eiswagen. Hier ist niemand. Oh, und wenn du weiter weg bist, dann mach einfach Tele-to-spawn. Dann kommst du direkt zum Spawn. Ah. Ja, guck, kann ich dir sogar noch... Nice. Guck mal, da hast du mir auch noch mal was beigemacht. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, da verlierst du auch nichts. Das war ein Fehler, weil jetzt kann ich dir deine Kunden wegnehmen. Ja, aber du musst dir ja nicht hier mal ein Vanilleeis gönnen. Bist du eigentlich schneller unterwegs? Nein, ne? Nee. Okay, ich bin mal in Vanilleeis schon weg. Schon los. So, ähm, ich hole mir mal Chocolat. Da musst du auf jeden Fall ein bisschen weitergehen. Die sind da vorne beim Zirkuszelt. Ja. So vier Stück Vanillee hast du noch? Das ist so eine riesige Stadt und die ganze Stadt will nur Schokoladen-Eis. Ja, je nachdem, in welchen Straßen du bist. Hinten, also hier vorne rechts, sind voll viele Leute, die Erdbeereis haben wollen. Also, es sind immer so, die Leute botten sich da so zusammen. So, ich brauche hier mal ein bisschen was im Equipment-Shop, Leute. Ja, ich habe meine Kamera umgestellt, aber ich gucke immer noch über den Bildschirm. Bist du mal ein bisschen um? Ich gucke auch über den Bildschirm. Konntest du dein Stativ nicht höher machen? Nicht? Ja, doch schon, aber das sieht halt ein bisschen komisch aus, wenn ich so weit nach oben gucke. Aber deswegen habe ich das an die Seite bei mir gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei mir aussieht, aber ich habe es auf jeden Fall so gemacht. Oh, guck mal, es gibt sogar Cashback. Cool. Aber habe ich das jetzt Equipment? Ich glaube nicht. Achso, du kannst auch Sachen in die Mülltonne reinschmeißen, wenn du sozusagen das falsche Eis geholt hast und niemanden findest, der dir das abnimmt. Ja. Dann gibst du es quasi zurück, aber ich glaube, dass das ein Verlustgeschäft ist. Ja, jetzt kann ich drei verschiedene Eissorten nehmen. Ja, ich glaube, das ist Wassermelone. Da war gerade einer mit einem knallroten T-Shirt. Da muss ich hin, da muss ich hin, da muss ich hin. Das ist mein 750 Dollar Eis. Yes, und ich kriege dafür 1,1. 1.100. Weee, cool. Nice. Jetzt weiß ich, wo sich die Leute mit Wassermelone rumtreiben. Wo denn? Bei der Windmühle. Das ist wie beim Pokémon. Das ist wie beim Pokémon-Spiel. Ja, wo man dann weiß, im Wald findet man Raupis und so. Ja. Ich muss jetzt trotzdem noch jemanden mit Orange finden. Jetzt will hier keiner Schokoladeneis machen. Das ist natürlich frustrierend. Ich will so viel Schokoladeneis bei euch holen, Leute. Da muss man noch weitergucken. Die spawnen ja immer mal wieder zwischendurch hier. Genau. Ich bin mal gespannt, wo finde ich denn die Apple-Leute, Nina? Die mit dem Grün. Hier ist beim Spielplatz. Das ist rechts neben dem Zirkus. Ja, sehe ich. Ja, danke. Sehe ich. Okay. Komm, ich gebe Karne wichtige Hinweise. Die musste ich vorher alle selber finden. Ja, aber dafür bist du ja auch da. Ja. Dafür bin ich heute da. Eigentlich kann ich Karne mal was zeigen. Okay, ich muss natürlich jetzt... So 4.000, ich glaube für 11.000 kann ich meine nächste Erweiterung kaufen. Aber ich kaufe mir jetzt Watermelon-Lollis. Ganz viele. So viel wie es geht. Ich bin mal gespannt, wie viel ich für einen Links bekomme. Ach, hier ist auch ein Fußballplatz. Ich bin mal gespannt, wie viel ich für einen Apfel bekomme. Oh, 113 ist schlecht. Ja, guck, mit dem Tele zu spawnen habe ich dir schon, glaube ich, mächtig geholfen, oder Nina? Ja. Hätte ich mal vorher machen. Wieso habe ich das nicht gesehen? Tja. Hier sieht man mal wieder. Typisch Nina. Teleport-Checkpoint gibt es auch. Kann man sich aber kaufen. Muss man sich aber kaufen. Ich finde es gut, dass es eine riesige Stadt ist. Das erinnert mich wirklich. Pokémon mit Eis. Oder Pokémon Go mit Eis. Ja. Nein, jetzt kommen hier keine Roten mehr nach. Ich habe es geahnt. Wo bist du denn? Nur noch Blaue. Wo bist du denn? Bei der Windmühle. Und jetzt sehe ich hier niemanden, der was Rotes anhat. Und ich habe nur rotes Eis gekauft. Leute, wahrscheinlich hat Nina in ihrem Video das auch schon gefragt. Aber was ist denn euer Lieblings-Eis? Schreibt es gerne in die Kommentare. Guck, jetzt ist hier kein... Ich habe schon beim letzten Gameplay gesagt. Wie kann man jetzt hier kein Wassermeloneis haben wollen? Das ist das Beste. Jetzt will hier keiner mehr ein Dings. Ja, war klar. Jetzt will hier keiner mehr ein Apfel-Eis. Wollen alle nur noch Banane und Orange, habe ich das Gefühl. Boah, dein Ernst? Warum will denn jetzt keiner mehr Apfel? Nina, siehst du die Apfel-Leute irgendwo? Manchmal stehen die auch einfach auf dem Feld rum. Gehe ich mal wieder zum Spielplatz. Vielleicht spawnen in der Zeit auch schon wieder Äpfel nach. Äpfel spawnen. Bist du gerade auf dem Spielplatz? Ja, ich bin da gerade langgelaufen. Ich suche nämlich auch nur noch einen Apfel. Nein! Ah, hier sind Äpfel, Kahn. Wo denn? In der Straße weiter, wenn du beim Spielplatz weitergehst. Ich komme gleich. Ich verteile kurz noch mein Orangeneis. Oh, dafür gibt es 215 Dollar jeweils. Oh, hier ist jetzt Apfel auch einer gekommen. Also den Weg quasi runter, da sind die Äpfel. Ah, ja, ich sehe sie. Ah, sogar sehr viele. Aha! Aha! Interessant. Ich muss zur Windmühle. Da kann man sich nicht zur Windmühle spawnen. Das ist so ein weiter Weg. Okay, ich gehe wieder zu meinen... Ich will unbedingt mal mein Wasserflug und Eis sehen. ...einsverkäufer des Vertrauens. So, ich hatte Apfel gesehen. Vielleicht in die Richtung? Ich hatte Banane gesehen. Ich hatte... Der eine hat ja so einen richtigen Wagen dabei. Ja. Mein Gott, ey. Der ist ja auch voll schnell. Den Wagen kriegst du, glaube ich, für 11.000. Nicht schlecht, Herr Schmecht. Ich glaube, in die Richtung kommt hier gar nichts mehr. Jetzt gibt es nochmal Banane und Apfel. Ich muss wieder zur Windmühle und ich muss Wassermasone noch loswerden. Okay, ich habe hier einen Apfel. Ach komm, kann doch nicht sein, dass ich jetzt extra für den Apfel noch weiterlaufen muss. Doch, das ist das Blöde daran. Ja, aber wenn da nur einer spawnt. Ja, jetzt da der Zweite. Oh, danke. Besonders ärgerlich auch, wenn da immer die Konkurrenz kommt und dir die Kunden wegklaut. Ja. So wie du, Nina. Ja gut, weil bei Banane ist es nicht so stumm. Da gibt es ja genug von. Das reicht, glaube ich. Wassermelona, da ist einer mit Wassermelona. Hin, hin, bevor er wieder weg ist. Manchmal verschwinden die auch einfach. Hm. Wehe. Nein, der hat mir meine... Nein. Was hat er? Der hat mir meine Kunden geklaut. Direkt vor der Nase. Ich war zu langsam. Du kannst dir auch so einen Nitro Boost holen, ne? Kostet aber, glaube ich, 300 Robux. Ja, ich habe mich gesehen. Das ist ja mies. Jetzt habe ich hier einen, der will unbedingt auch sein Wassermasone-Eis loswerden. Und lauert genauso auf die Kunden wie ich und läuft hier wild rum. Jetzt geht es aber um, wer schneller ist. So, wer möchte noch Orangeneis? Sehr gut. Leckeres Orangeneis. Damit habe ich gut verdient. Jetzt bin ich bei 1,9 K. Ich bleib noch mal bei dem. Das geht. Ich bleib bei Orange. Ist die eine? Ja. Apfel, 5,5. Hallo, ich brauche das. Spawn noch mal bitte so einen Wassermelonen-Typi. Drei Stück brauche ich. Gehst du hier noch weiter? Sehr witzig, wenn die sich in so einer Ecke verstecken. Ja, der eine ist echt gut dabei beim Zirkus, muss ich sagen. Muss immer wieder zum Spielplatz gerade laufen. Aber da kann ich zumindest mehrere Farben gleichzeitig loswerden. Mehrere Eissorten. Ich gehe kurz zurück und hole Bubblegum-Eis. Das ist glaube ich auch eine gute Strategie. Ich habe gerade Banane, Lemon glaube ich und Apple. Aber hier ist gut das. Ja, hier werde ich auf dem Fußballplatz viel los. Ja, perfekt. So, jetzt gehe ich dann wieder hin zur Windmühle. Perfekt. Das war mal ein erfolgreicher Tag. Jetzt hier gerade. Sehr gut. Das ist gut gelaufen. Das ist sogar sehr, sehr gut gelaufen. Deswegen mache ich das hier nochmal. Also ich brauche auf jeden Fall von Orange ein bisschen was. Banane. Das ist Checkpoint-Teleport? Das hast du vorhin schon erwähnt, ne? Ja, ich glaube, das ist dann, wo du dein... Da kannst du dir sozusagen Checkpoint irgendwo setzen. Einen Marker setzen, ja. Aber der kostet glaube ich auch. Dann würde ich mir definitiv die Windmühle als Checkpoint setzen. 250 Robots kostet das. Und das Spiel hast du gesagt, das speichert deine Speicherstände sozusagen. Das heißt, wenn wir uns beim nächsten Mal einloggen, geht es dann da weiter. Der hat einen LKW, einen Ice Cream LKW. Das ist mal fett. Also so einen großen... Yo, sehe ich gerade. ...wellen, sondern den großen blauen. Ja, sehe ich da hinten. Also für mich lohnt sich momentan gerade fast nur noch Orangeneis. Orangeneis. Watermelon. Okay, jetzt bin ich bei 4,2K. Vielleicht hole ich mir noch... Nein, der war schon wieder schneller. Da ist einer. Ja. Oh, ich bin alles losgeworden. Mann ey, was für ein Nervenkitzel. Dieser Typ, der die ganze Zeit die Kunden belagert. Yes. Okay, jetzt habe ich auch eine riesen... ...Icebox. Jetzt hast du drei verschiedene Sorten, ne? Ne, hatte ich eben schon. Jetzt habe ich fünf. Echt? Wieso bist du... Der Kahn spielt das einmal und ist mega gut schon. Jetzt, äh, wo kann ich denn... Wo werde ich dann Bubblegum los gleich? Äh, du bist jetzt meine Konkurrenz, das sage ich dir nicht. Äh, Bubblegum ist bei der Windmühle. Da musst du hier lang. Ja, ist egal. Ich bleib erstmal noch bei Orange. Mit Orange habe ich gut verdient. Und, ähm, auf dem... Neben dem Spielplatz ist so eine Wiese. Da stehen die auch einfach mitten rum. Oh, der mit dem LKW-Truck... Äh, Eis-Truck, das sieht so cool aus. Ich glaube, Kahn ist jetzt bei Einmalspielen, glaube ich, genauso weit wie ich mit Dreimalspielen, so ungefähr. Jetzt muss ich mal... Oh, jetzt wollen hier alle Apfel. Ich habe auch keinen Apfel dabei, sorry. Orange, wer will Orange? Boah, da ist wirklich schon ein LKW angefahren. Orangeneis, ganz frisch. Orangeneis, ganz frisch. Und ganz... Yes, das sind Wassermelonen, Leute. Oh, Tamalei, ich komme. Und du natürlich auch. So, ich habe noch drei im Angebot. Wer möchte, wer hat noch nicht? Yes, die bin ich schon mal losgeworden. Das ist noch einer. Yay, yay. Ich habe jetzt... Super Money. Ich werde mein Orangeneis nicht los, Nina. Die sind alle gerade, wo man das noch kriegen kann. Ja, warte, ich gehe erst mal zum Spawn zurück. Ich gehe mal zum Spawn zurück und ich möchte jetzt mal hier... Ich hole mir mal auch Bubblegum. Bubblegum ist bei der Windmühle hier. Wo komme ich denn? Wie komme ich denn zur Windmühle? Du gehst einfach den Weg rechts lang außen vom Shop. Rechts? Also wenn du beim Shop gehst, gehst du einfach rechts den Weg lang. Und dann? Beim Zirkus oder was? Ne, das ist links. Rechts. Also du musst... Vom Eis-Dings stehst, einfach rechts lang. Mach ich doch. Das ist dann der Dings. Der Zirkus. Der Zirkus ist doch links, oder nicht? Ja, welches rechts... Wenn ich vom Dings weg gucke... Ja, okay. Durch die Häuser. Ja, genau. Oder an den Häusern dran vorbei ist. Egal. Und dann rechts lang, sagst du? Oh, ich habe 10.900. Ich glaube, für 11.000 gibt es was Neues. Ach, hier sind die Water... Die pinken. Was ist denn pink? Pink ist... Rosa, meinst du, ist Erdbeer. Aber Watermelon ist dies knallrote. Du hast mich voll veräppelt. Ich bin hier... Ich bin hier nur in der Straße. Ne, du musst zur Windmühle. Boah, du bist die schlechteste Google Maps, was ich jemals kennengelernt habe. Du musst nur den Weg rechts lang gehen. Bin ich doch! Boah, Nina hat mich voll veräppelt. Nicht bei den Häusern. Also an den Häusern dran vorbei. Das ist nur so ein Weg, der führt einmal um den ganzen Level. Das merke ich mir. Da ist... Hinter den Bäumen ist eine Windmühle. Merke ich mir, Nina. Und da stehen alle mit Blau. Ich war doch da gerade. Ja, da musst du mir das mal gleich zeigen. Wo bist du denn jetzt? Ich gehe jetzt erstmal zum Spielplatz und verteile nochmal mein Orangeneis. Mann, 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 Nina, ey. Die macht das extra, Leute. Glaubt es mir. Ja, toll. Ja, toll. Jetzt will hier keiner mehr Orangeneis. Mann, ich werde mein Eis nicht los. Hier sind übelst viele Leute, die Bubblegum haben. Ja, wo denn? Zeig mir mal. Mach mal Tele zu spawnen und dann bring mich mal dahin. Ne, erstmal muss ich hier mein Eis loswerden. Boah, Nina, das ist so unfair, ne? Also, du bist jetzt beim Spielplatz. Ich sehe den Spielplatz von hier. Ja. Geh mal Richtung diesen bunten Häusern, wenn du... Guck mal, mach dir das mal an. Ich kann doch lieber richtig erklären, wo ich lang muss. Besser kann ich es dir nicht erklären. Dieser Weg, der vom Ice Cream Shop rechts lang führt. Die ganze Zeit rechts gehen. War ich eben? Und hinter dem Wald sind die Windmühlen. Ne, sag mal, willst du mich veräppeln? Komm doch einfach zum Spawn zurück einmal. Oh. Na gut. Nur einmal. Du erschwerst mir hier mein Leben. Ja, einmal. Du musst mir nur einmal zeigen, wo ich lang muss. Mehr nicht. Kannst dir doch hier Nachschub gönnen kurz. Ja, ich hab so viel Nachschub. Also, komm jetzt mit. Ja. Du Dölmer. So, hier bin ich auch lang gegangen. So. Die ganze Zeit diesen Weg lang gehen. Ja. Und da ist ein Wald. Und da... Im Wald ist eine Windmühle. Jetzt sehe ich die Windmühle erst. Du hast mich rechts hier durch die Wohngegend geschickt. Ich hab gesagt, du kannst durch die Wohngegend gehen oder am besten rechts an der Wohnsiedlung vorbei. Und das ist doch ein Weg, der daran vorbeiführt. Ist es nur rechts? Mann, 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 Mann. Ich hab's ihm gut erklärt, aber Khan ist resistent, was sowas angeht. Nö. Kannst du auch nicht erklären. Und da sind ganz, ganz viele, die nur Bubblegum haben. Ja, wenn da jetzt keiner Bubblegum möchte, dann kriegst du Ärger, sag ich dir. Ja. Ich hoffe, da will jemand Wassermelonen. Ich hab nämlich 14 Wassermelonen-Eis. Ich seh da noch keinen, Nina. Doch, die kommen erst noch. Oh ja, okay, jetzt seh ich sie. Jetzt seh ich sie endlich. Oh, da ist aber einer, der verteilt. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Nein! Oh nein, da war ich schon wieder. Die sind alle hier am lauern, ne, auf die roten. Die gibt's nämlich, glaub ich, nur hier. Yes, ich hab schon eins verkauft. Okay, perfekt. Ja, ich konnte Bubblegum auf jeden Fall verkaufen. Ja, du sagst, Dings ist nicht gut. Was dann? Watermelon wirst du schwer los. Watermelon wirst du richtig schwer los. Ja, ich glaub, mit dem, was ich momentan noch habe, ich glaub, ich geh gleich erstmal nochmal Richtung Spielplatz. Und ich glaube, dann reicht das auch für heute, oder? Die sind schon ziemlich lange dabei, glaub ich. Ja. Ich geh jetzt noch einmal zur Windmühle und noch zum Spielplatz und dann reicht das heute. Die Schicht ist dann für mich vorbei, ja. Ich hab noch 10 Wassermelonen-Eis und ich wollte mir unbedingt noch die neue Erweiterung kaufen. Sind da noch blaue? Wollen da noch welche? Ja, hier sind voll viele blaue. Bubblegum? Ja, alle wollen Bubblegum. Okay. Ich geh nur auf Wassermelonen derzeit. Ah, ich hab auch einen Bubblegum-Eis. Da ist aber viel los eigentlich, da ist viel Konkurrenz. Du bist da, der eine Typ ist da. Ja. Ich werd jetzt nicht los mit den 10 Stück. Aber ich glaub, viele wollen keinen Bubblegum. Äh, also viele. Da ist wieder was groß, aber es war schon wieder zu spät. Wir haben zu viele. Jetzt macht ihr hier alle Bubblegum schon klar. Bubblegum kommt doch immer nach. Ja, die spawnen relativ viel. Nachsehe ich gerade. Noch 8 Stück. Noch 7. Yes. Da ist noch einer, der möchte Bubblegum. Nein! Da war schon mal wieder schön. Komm ich auf noch 2 Bubblegums. 2 mal Bubblegum. Wer möchte? Wer hat noch nicht? Da oben. 6 mal Wassermelonen im Angebot, Freunde. Und hier nochmal. Okay. 5 mal noch. Ja, ich bin gut was losgeworden. Ich geh jetzt nochmal Richtung Spielplatz. Da weiß ich, da wollten die auf jeden Fall... 4 Stück. Gelb. Orange. Apfel. Komm ich riskiere. Ich hab schon 13.000. Nochmal. Yay. Das muss ich jetzt loswerden. Ich hab jetzt 4 mit. Noch 2 Stück muss ich loswerden. Noch 1. Ich werde alles los jetzt gleich. Richtung Spielplatz und ich würde mal sagen Rathaus oder was das auch ist. Ich muss hier echt... Sorry für die Kameraführung, aber ich muss ja echt wie so ein Irrer durch die Gegend laufen. Mann! Der hat mir die weggeschnappt. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Der Spielplatz ist voll mit Kunden für mich. Und ich sehe keine Konkurrenz. Leute, ich bin da. Keine Angst. Alleine der Frühstuhlplatz wie der hier schon. Ich hab 16.600. Und damit kaufe ich mir jetzt 11.000 meinen Wagen. Ich finde, ich hab in der Runde aber schon gut aufgeholt. Dafür, dass Ninas dritte Runde jetzt schon ist oder so? Ich glaub mal eine dritte Runde, ja. Leute, ich hab so einen coolen Wagen. Möchte jeder so ein Eis. Das ist doch fabelhaft, Leute. Boah, ich hab jetzt Orange Cone, Banana Cone, Apple Cone, Sherry... 40.000 kostet ein Eis? Ach du liebe Zeit. Wie viel? 40.000. Oh mein Gott. Ein Eis. Das heuerst du. Davon kann ich ja nur noch... Davon kann ich ja nur noch... Davon kann ich momentan ja nur träumen. Sehr gut. Hier spawnen aber alle nach, die ja schön Apfel wollen und auch Banane. Und ein Lemon, was das auch war. Das freut mich wirklich sehr. Das freut dich wirklich sehr. Ja, ich sammle hier ein bisschen Geld. Ich hab jetzt recht schon 10.000. Ich glaub du bist zu schnell auf Watermelon gegangen, Nina. Ich glaub da hast du viel Zeit verloren. Kann sein. Wieso hat dir ein fettes Auto? So, ich hab noch 5 Apfel. Und dann hab ich meine 10.000, glaub ich. Dann können wir noch schnell 5 Apfel zusammen machen. Ich werd dir meinen neuen Wagen zeigen. Ja, kannst du gerne machen. Treffen wir uns an meinem Spawn. Ich komm zum Spawn. Warte. Ich verteil mein letztes Eis. So, und jetzt komm ich zum Spawn. Oh ja, das ist ein schöner Wagen. Warte, ich hol mir noch Eis, damit ich hier schön Eis noch hier drin habe. Ah, wir werden hier angefahren. So, okay. Wo bist du denn? Hier vom Eiswagen. Warte. So. Ja, die muss kurz weg. Lassen kurz ein Eis verkaufen. Man sieht mein Gesicht leider überhaupt nicht. Ja. Dahinter. Können wir nachträglich einfügen. Das können wir nachträglich einfügen. Ja. Okay, Leute. Das war der was? Ice Cream Simulator? Der Ice Cream Van Simulator. Ja, cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Nina. Ja. Ja, ich fand es auch gut. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Abonniert, kommentiert. Vergesst nicht auf das Glöckchen zu drücken. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch gerne uns auf Instagram folgen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.